Und ja, und ich bin's wieder, Kies. Und ja, und hier mit meinem Let's Play von The Legend of Zelda Majora's Mask. Scheiß Blume! Hi. Du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Nimmer satt. Okay, wie du willst, dann... ...gebe ich dir die hier. Dankeschön. Du bist nett. Ähm, darf ich dir eine Frage stellen? Deine Freunde? Was für Leute sind das? Was soll das? Ich frage mich... Diese Leute betrachten sie dich als Freund? Fuck you. Okay. Dann wollen wir mal zum Goti. Goti! Wo bist du? Nee, du bist nicht mein Goti. Du bist... Du bist der Wurmi? Du bist Gotti! Ach, schönes Wetter findest du nicht auch? Gut. Du willst auch eine? Dann gebe ich dir die hier. Hau, nimmer satt. Hier. Dankeschön. Ist ein netter Kerl oder doch nicht? Ich glaube, an dieser Stelle wäre es ganz gut, wenn ich die Milch trinke. So. Dann ist das erledigt. Und ich... ...schnapp mir die... ...Geronenmaske. So. 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 Müssen wir mal gucken. Was ist das? Ah, das bringt mich zurück an Dings. Nett. Na gut. War cool. Wow, spiel, treu mich noch mehr. Nein, 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 nein! Fuck! Da hat er es geschafft. Da hat er es eigentlich geschafft. Fuh. Nee, das war scheiße. Nochmal. Ah, das war aber gemein. Blöde Falle. Okay. Bang. 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 Okay. So, was ist das für eine Brücke? Also, auf den Buzzer gehe ich nicht. Das ist böse. Also, zuerst schnapp ich mir das Herzteil, wenn ich es finde. Da drüben. Da drüben. Nee, das ist... Dann komme ich zum Anfang. Was? Okay. Okay. Fick dich. Dann machen wir es anders. Oh Mann, ich hasse das! Blöde Parcours-Scheiße! Zwing mich nicht, Safe-States zu benutzen! Oh! Das nervt! Ein Versuch noch, dann mache ich es offscreen, da habe ich keinen Lust mehr. Na! Okay, vergesst es! Offscreen! Fick dich, Spiel! Nie wieder! Bei dem Boss, also Goat, war das ja noch lustig. Aber das nie wieder! So, wo war ich? Ähm... Verzeihung! Was soll ich überhaupt hin? Ach, da drüben geht es weiter! Ach, nee! Ich sehe es kommen! Erstmal schön Anlauf nehmen. So, das müsste genug sein. Was ist das blöde Kind denn? Sag mir nicht! Sag mir nicht, ich darf jetzt die ganze Scheiße noch mal neu machen. Nur, weil ich nicht weiß, wo dieses dumme Kind ist! War das ja so lustig ist. Oh... Nö, ich habe keine Ahnung, wo das Ding sein soll. Moment, da? Okay. Gott sei Dank! Ich wäre sonst... Ja, ich habe dich gefunden. Dann gebe ich dir... Die da. Dann kannst du heulen. Mehr. Gut, dann gebe ich dir als nächstes... Die Selbstmordattentäter-Maske. Ja. Was macht dich glücklich? Ich frage mich, was dich glücklich macht, macht das andere auch glücklich? Hm. Keine Ahnung. Seriously, ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass das andere unglücklich macht, aber... Soll vorkommen. So, Fisch! Ja, schönes Wetter. Du willst auch eine Maske. Ich rüste schon mal... Den Sora aus, weil ich bin mir sicher, jetzt kommt als nächstes der Sora. Dann weißt du was? Hier, hab Kuh. Mehr. Dann hab den Tänzer. Mehr. Die werden immer gieriger. Nimm als nächstes dann Kaffee. Hier. Na dann. So, hier geht's zurück. Aha, also doch. Es geht ums Schwimmen. Ich glaube, ich bin schon falsch geschwommen. Oder? Aber das ist wenigstens noch erträglich. So, ähm... Rechts. Links. Nein, 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 nein! Oh, Fick dich! Wow, wie schnell muss man das denn machen? Wie schnell muss man denn reagieren? Mann! Alter! Nein! Da war es doch! Nein, 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 nein! Komm zurück! Geh zurück! Nimm das! Oh! Hätte ich das fast übersehen! Alter! Erst mal Herzinfarkt! Thank you! Na, zumindest habe ich dann das Herzteil hier. So, weiter geht's. So, rechts. Wow! Kamera! Ah! Mann! Behindertes Miststück! Super! Jetzt bin ich wieder sonst wo gelandet. Wow! Nur weil sich Kamera denkt... Äh! Genau das denkt er sich. Genau das. So, diesmal Kamera... Fuck nicht... Fuck mich nicht ab. Kamera! So, links. 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 Was ist jetzt nächstes? Rechts. Rechts! Super! Dann wäre das jetzt geschafft. Ja, ich hab dich gefunden. Und jetzt wird er wieder gierig. Ähm... Hab den Frosch. Ja. Dann... Hab das Schwein. Mehr. Ähm... Dann... Hab als nächstes... Habt die Mumie. Das einzig wahre... Was mag das wohl sein? Ich frage mich. Wenn du das einzig richtig machst... Macht das wirklich alle zufrieden? Ich frage mich. Ich frage mich. Ein Frage, die sich eigentlich jeder YouTuber stellt. Wow. 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 Gut, dann... Ist nur noch der da. Dann gebe ich dir... Habt ihr die Maske der Liebenden? Mehr. Steinmaske, auch wenn ich mich ungern von der trenne. Mehr. Ja, dann habt die hässliche Fee, die Feenmama. Mehr. Dann habt ihr ihn da. Dankeschön. So. So. Ah, das wird jetzt also reines Kämpfen. Okay. 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 Schwach. Okay. Keine Ahnung, was das sollte. Hi. Okay. So, Aloha, Aqua! Dang! Hm. Na, wie soll ich jetzt da raufkommen, frage ich mich. Ups! Spiel! So! So, danke! Dein Ernst? So. Pfeile? Really? Naja. Oh. Du. Ich hab das Gefühl, dafür brauch ich dir. Okay, das war... achso, das war der. Ja. Ich erinnere mich. Der hatte nix drauf. Ja, der hatte nix drauf. Einfach nur ausweichen und gut ist. Hm? Der hat ne Bombe gedroppt. Okay. Krabbelminen? Haha! Witzig! Das Ding, was ich am wenigsten benutze. Wozu? Und wie soll ich vor allem da raufkommen? Äh. Äh. Ein guter Moment, um den Part zu beenden vielleicht. Ihr Gallo-Positiv- oder-Negativ-Bewertungen immer gern gesehen. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil. So wie ich noch Allah weiß. RLF-Bewertungen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.